Hier kommt die Franzi. Guten Morgen! Hallo! Also wir haben heute einen Lehrgang und zwar mit dem Johannes und wir nehmen euch mit. Wir freuen uns, oder? Ja, wir sind super. Freust du dich schon, Lena? Das ist dein erster Lehrgang, gell? Ja, genau. Was hier überschränkt in der Rücken ist. Gott, ihr fühlt uns. Ich hab nichts weiter. Auf, wenn du da oben hattest. Kannst du das halten? Ne, ne? Boah, wie lang ich denn? Ja, etwas besser. Kannst du schauen? Ja, das ist Spaß. So, siehst du diesen Weg, der ganz gerade... Ja! 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 Kannst du ein Mist machen? Der wird länger dauert. Ein bisschen anstrengender. Ja! Ja! Guck einmal, wie dein bestes Buch kommt. Ja! 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 Komm, komm! Drück raus! Drück raus! Und schnell in der Götter! Ja! 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 Ich glaube, was das passiert ist, das kommt noch ein bisschen zu tun. Der zieht ja keinen Strom! Geil! Ja, ja, ja! Du bist so ernst! Du bist so ernst! Ja, okay! Manzi, du warst schon, oder? Ja, gut! Ja, ja! Ja, genau! Ein bisschen höher! Was machen wir jetzt? Kühe und Bock! Rosi ist fertig! Ja, das ist immer nicht so viel. Ich esse echt gerne alles! Hallo! Today is the best day! Du hast die Finger fast gebrochen! Nett! Danke, Seema, dass du unser Pferd versorgt hast! Ich wollte gerade schon sagen! Ja, gerne! Wir sind gerade für den Teamabend einkaufen und wir haben heute einen Gast! Sportler Nahrung! Wichtig! Yum, yum! Der hat die hellste Pferde! Und wir wollen sie wirklich auch consumieren! Hi Leute! Wo sind wir? Im Harzer Haus! Im Harzer-Haus! Im Harzer-Haus! Im Harzer-Haus! Im Harzer-Haus! Ja, sehr schwer! Okay. Im Harzer-Haus-Haus-Haus! Ja… Das ist das falsche Spiel heute. Hommelfell. Andersrum? Hommelfell. Andersrum? Hommelfell. Angeltür. Tür? Tür auch. Sophie, hast du gerade den Humor unseres Referenten beleidigt? Nein, den liked. Hast du Spaß an unserem Spiel? Nein. Ich habe Spaß an den Kommentaren. Wir spielen jetzt Bierpong, aber natürlich ohne Bier, ne? Meine Freunde. Meine Freunde. Wir sind auch richtig gut, Sophie, gell? Jeder Ball ist ein Treffer. Keiner mit. Nein! Na, Sophie, was spielen wir jetzt? Stadt, Land, Gebäffer. Das wäre schon nicht zu viel. Noch weiter hinter? Ja. Das kommt nämlich jetzt. Reicht das schon? Ja. Das war gut. Da ist noch nichts passiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Frühstück. Oh, yum, yum. Wir schauen jetzt DSDS. Und wir schauen Wintersport Olympia, gell, Pauline? Ja. Und unser Langschläfer da drüben ist da am Frühstücken. Ich war schon noch 7 Uhr morgens warm. Jetzt geht's los. Lehrgang Tag 2. Da ist die Carla. Los geht's. Hallo, Gene. Hallo, Rosi. Hallo, Lena. Hallo, Lena. Bene, hast du Lenas Frisur kritisiert? Ja, deswegen war sie neu. Noch mal neu. Ich kann das super. Ist du bereit für Tag 2? Heute machen wir Vorwärtsschwünge. Kannst du zeigen, was du kannst? Hi. Hallo. Ja. So kann man sich die Hose auch rausziehen. Einfach hüpfen, bis sie weg ist. Und dann an die Schuhe. Ja, streck rein. Genau. So wie du willst. Rollst du. Position. Und nach vorne. Aha. Zack, zack. Ganz schnell. Kommen wir auf. Gut gewartet. Schön. Gut. Ja. Das ist voll straight so durchgezogen. Mega witzig. Klingt gut. Ja. Aber das liegt erst mal neben dem Horn. Warum muss ich jetzt auch... Hä? In die Wippenbesägung und... Ich sag mal... 8 von 9. Danke. Und... 3. Gleich mal 6 bis 10 davon, Schatz. Sind hier oben drauf. Zusammens. Du natürlich auch. Du hast einen Liegel geschnitten. Mega cool. Dann seid ihr schon ganz gut dabei. Das ist ja geil. Fertig. Okay. Wollen wir mal. Wissenlein, wissenlein, wissenlein. Und... Und... Ja. Ja, ja, ja. Schicke. Hala, ga. Gimziiiiini. Ja, schicke. Gimzii, mochnell. Moment, ne... W Congressman, rauf, 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 rauf. Schultern rausziehen? Schultern rausziehen? Jaa. Hala, na mitte. Also ich würde hier fast die gleichen Kurve tun gegenüber dir. Gimzii, nein, ganz in Ruhe rein. Und dann sagt so... Au. Wie ist so zwischendurch irgendwie auf dem Hals... Oh, 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 und so, das hätte ich gern gemacht. Dreh dich mal auf, dreh dich mal auf. Geht, mach sie in den Dreh. Ja? 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 Macht da jemand aus, bin da raus, die Lilly bleibt auch hier rein. Locker, 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 ja, ja. Rüber! Ja?